Praxisklinik der Zahnheilkunde am Luisen Hospital in Aachen. Dr. Emmerich und Partner. Herzlich willkommen in Ihrer Wohlfühlpraxis. Bei uns erwartet Sie angenehme Atmosphäre und ein besonderes Ambiente. Freundliches Personal, ein guter Kaffee und unser Patientencomputer sorgen für Entspannung und Zerstreuung während der kurzen Wartezeit vor Ihrem Zahnarztbesuch. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Wir setzen auf ganzheitliche Behandlungsmethoden. Eingebettet in die Infrastruktur des Luisen Hospitals arbeiten wir interdisziplinär mit Kollegen der Allgemeinmedizin zusammen. Bei uns erhalten Sie das komplette Spektrum der Zahnheilkunde. Nachhaltig, individuell, auf höchstem Niveau. Unsere Experten für Kinderzahnheilkunde kümmern sich einfühlsam und qualifiziert um Ihre Kleinsten. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihr Fachwissen in moderner Prothetik und Alterszahnheilkunde zur Verfügung. Wir passen Implantate computergestützt an. In der Parodontologie arbeiten wir mit besonders schonender Operationstechnik. In unserer Praxisklinik finden Sie außerdem erfahrene Fachkräfte der ästhetischen Zahnheilkunde und der Endodontie, falls eine Wurzelbehandlung nötig werden sollte. Angstpatienten bieten wir alternative Behandlungsmethoden wie Hypnose oder Vollnarkose. Wir und unser Prothesennotdienst sind montags bis donnerstags von 7 bis 21 Uhr, freitags von 9 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr für Sie da. Ihr Ärzteteam heißt Sie herzlich willkommen in Ihrer Wohlfühlpraxis am Luisenhospital. Wohlfühlpraxis am Luisenhospital.